Saftige Erdbeeren, Kaffee und Avocados. Was haben diese 3 Produkte gemeinsam? Alles Naturprodukte. Die kommen nicht aus der Region. Dass es gut schmeckt. Das sind Lebensmittel. Regional ist es auch nicht, da passen die Avocados nicht rein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Antwort, um sie herzustellen, braucht man Wasser. Viel Wasser. Genauso wie bei Milch, Eiern, Fleisch, Tomaten und Reis. Je wasserintensiver diese Produkte sind, die wir konsumieren, desto größer wird unser Wasserfußabdruck. Dementsprechend können wir das als Konsument versteuern, wie groß unser individueller Fußabdruck dann ist. An der Universität Twente forscht Dr. Laura Wöhler zu unserem indirekten Wasserverbrauch. Und der hat den größten Anteil am sogenannten Wasserfußabdruck. Zum Wasserfußabdruck zählt zuerst natürlich das Wasser, das wir direkt verbrauchen. Also zu trinken, kochen, Wäsche waschen, für die Klospülung oder zur Körperpflege. In Deutschland sind das pro Person und Tag rund 130 Liter. Doch Wasser steckt auch in unseren Lebensmitteln, Kleidungsstücken, Mikrochips, Autos und Computern. Dieser indirekte Wasserverbrauch ist noch viel höher. Er liegt bei rund 7200 Litern pro Person und Tag. Den größten Anteil daran hat die Landwirtschaft. Nur, worin steckt am meisten Wasser? Also Avocado braucht auf jeden Fall sehr viel, das weiß ich. Würde ich jetzt spontan auf den Reis tippen. Kaffee ist bestimmt auch nicht ohne. Bei allen drei Produkten ist der Wassereinsatz groß. Während Avocados in der Produktion rund 1000 Liter Wasser pro Kilogramm verbrauchen, sind es beim Reis etwa 2500 Liter. Und in einem Kilogramm Kaffeebohnen stecken ungefähr 21.000 Liter Wasser, jeweils im globalen Durchschnitt. Boah, das ist krass. Aber ist Kaffeetrinken deshalb eine Umweltsünde? Nicht generell, denn es kommt auf seine Herkunft an. Das sind oft tropische Regionen, in denen es einfach viel regnet. Und dadurch ist das per se nicht schlecht. Und dann kann man das ruhig weiter konsumieren. Denn Wasser ist nicht gleich Wasser. In Kaffeebohnen zum Beispiel steckt vor allem sogenanntes grünes Wasser. Vereinfacht gesagt ist das Regenwasser. Es steht den Kaffeepflanzen auf natürliche Weise zur Verfügung, besonders im Hochland. Fachleute halten einen hohen, grünen Wasserverbrauch in der Regel für unproblematisch. Anders sieht es aus, wenn Pflanzen künstlich bewässert werden. Dafür kommt sogenanntes blaues Wasser zum Einsatz. Blaues Wasser stammt aus Seen, Flüssen oder dem Grundwasser. Durch die Bewässerung fehlt dieses Wasser an anderer Stelle. Beispiel Erdbeeren. Für ein Kilogramm braucht es im Schnitt 300 Liter Wasser. Ah, die brauchen nur 300 Liter. Das ist ja gut. Ja, aber nur, wenn für die Herstellung bloß Regenwasser genutzt wird, wie bei vielen deutschen Erdbeeren. Doch viele unserer Supermarkt-Erdbeeren stammen aus dem trockenen Südspanien. Andalusien produziert zu einem großen Teil speziell für den deutschen Markt. Saftige Früchte hier, Trockenheit dort. Der Bau illegaler Brunnen, um ans Grundwasser zu gelangen. Dem Nationalpark- und Weltnaturerbe Doniana wird das Wasser abgegraben. Der Grundwasserspiegel sinkt seit Jahren dramatisch. Viele seltene Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Mit solchen durstigen Gütern importieren wir praktisch Wasser aus trockenen oder von Dürre bedrohten Gegenden. Beispiel Avocado. Also Avocado braucht auf jeden Fall sehr viel, das weiß ich. Stimmt. Die 1000 Liter pro Kilogramm haben ihren Preis. In Chile sorgt die Bewässerung für die Austrocknung ganzer Flüsse. In Mexiko werden Wälder abgeholzt, um Avocado-Bäume zu pflanzen. Noch mehr Wasser braucht Reis. Im weltweiten Schnitt sind es 2500 Liter pro Kilogramm. Im Hauptanbaugebiet Asien werden Reisfelder meist dauerhaft geflutet. Das kann den Wasserbedarf sogar noch erheblich steigern. Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern wirft das Fragen auf. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man es weiter ernähren soll, damit man das mit dem Wasser ordentlich zuordnet. Kurz gesagt, sich bewusst werden, was ist eigentlich mein Wasserfußabdruck. Dann bewusst zu konsumieren, weniger zu konsumieren und vielleicht auch darauf achten, keine Produkte aus wasserknappen Regionen zu konsumieren. Der größte Teil des Wassers für unsere Konsumgüter, nämlich 86 Prozent, werden im Ausland verbraucht. Das führt in einigen Regionen dazu, dass die Belastbarkeitsgrenzen überschritten werden. Das Wasser fehlt dann der Natur oder den Menschen vor Ort. Stark betroffen sind Spanien und Südasien, aber auch Teile der USA und Nordafrikas. Und es gibt noch einen großen Wasserfresser in unserer Produktauswahl. Na, vielleicht einen Verdacht? Ich sag jetzt mal Fleisch, weil ich kein Fleisch esse und in der Hoffnung, dass es mich begünstigt, tippe ich mal eher auf das Rind. Richtig, bei der Fleischproduktion kommt oft besonders viel Wasser zum Einsatz. Hinter einem Kilogramm Rindfleisch verbergen sich gut 15.000 Liter Wasserverbrauch im weltweiten Schnitt. Aber wo ist das Problem, wenn sich ein Rind vorwiegend von Gras ernährt? So eine reine Weidehaltung ist nicht so wasserintensiv, aber global gesehen die Ausnahme. Futterpflanzen für die Tiere wie Soja dagegen brauchen viel Wasser. Wenn man die Pflanzen direkt verzehren würde, wäre das deutlich effizienter und würde viel Wasser sparen. Sehr durstig sind auch andere tierische Produkte. 1000 Liter Wasser für einen Liter Milch. Eier 3300 Liter pro Kilogramm. Gemüse schneidet in der Regel besser ab. Tomaten etwa mit 215 Litern pro Kilo, jeweils im globalen Schnitt. Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass bei tierischen Lebensmitteln der Wasserfußabdruck sehr viel höher liegt als bei den meisten pflanzlichen Lebensmitteln. Und so kann man das schon dann ein bisschen steuern. Also den Konsum mancher exotischer und tierischer Produkte möglichst reduzieren und regional und saisonal einkaufen. So lässt sich der Wasserfußabdruck verkleinern. – др. Mhm– die Vielen Dank.